Irgendwann aber nicht, nicht mehr in dieser Staffel oder in dieser Season. Da bestimmt nicht mehr. So. Einmal kurz. Hallo, hier haben wir doch bestimmt. Hallo, Scrap. Ja. Ach, seit nur 7. So, das kommt weg. Das kommt mit. Und das Zeug kommt wieder da rein. Und ich habe mir die ganzen Rezepte angesehen zum Thema Crafting mit diesen Extra Utility. Und keins davon hat mir wirklich zugesagt, weil ich es einfach alles schon habe, außer 1. Und dafür ziehe ich mir selbst... Hallo? Wieso habe ich das Ding dabei? Wieso habe ich eine Schaufel dabei? So, wirklich... Außer 1. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich habe mir überlegt... Na, da ist es. Ich ziehe mir jetzt auch was Besseres an. Einfach nur, weil es sicherer ist und mein Jetpack kommt weg. Weil es sehr gefährlich ist, scheinbar. Und deshalb... Ich weiß jetzt nicht, wie weit das explodieren wird, aber... Ich würde gerne... Oh. Inactive. In... Enchanting Table. Gut. Ich hoffe... Ich wette es aber, dass der hier oben ist, nicht tut. Nein. Gut. Dann machen wir das heute nicht. Aber... Wir können wahrscheinlich am Ende dieser Stunde... Grown... Die... Unsere... Dings... Unsere... Unsere... Wir fehlen die Worte... unsere magnum torch machen so aber wir brauchen noch genau was ich auch noch gucken wollte ob ich das kopieren kann und zwar brauchten wir ja wieder cheating maut einen da rein der rest weg options so mal gucken ob das klappt wenn nicht scheiße gebaut kann passieren das machen wir mal kurz aus mit der mehr energie bekommt die sowieso schon knapp ist könnten eigentlich noch ein bisschen das hier ausbauen er ist schon ziemlich ziemlich leer habe ich das gefühl so also wir könnten noch einen oben dran machen und bräuchten aber noch zwei oberclocked events dann läuft das noch was schneller so hallo mir mein jetpack wieder so dann ja was ich auch noch machen wollte erstmal das nanos wort ich hoffe ich habe dafür genügend sachen advanced alloy emerald und carbon plate 2 4 16 17 haben wir hier das ist schon mal schön das ist schon mal schön so zack 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 kompressor das sieht wieder alles richtig aus schön ähm advanced alloy advanced alloy wie ein bronze kupfer iron und zinn wie ein bronze kupfer iron und zinn zack 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 wir bräuchten die hammer 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 zack hammer zinnplatten d zack 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 zwei mixed metal ingot kommen auch in den kompressor so wir bräuchten noch wir sehen uns beim nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo und herzlich willkommen zurück zu der... Ich glaube, ich bin noch in der Folge Minecraft. Naja, mir ist mein PC abgestürzt. Und ich hatte einen Blue Screen und die Welt ist weg. Also, ich habe jetzt auch keine Lust, eine neue Welt anzufangen. Das hier ist jetzt meine Parallelwelt sozusagen, die Testwelt, wo ich ein bisschen versucht habe, irgendwas zu machen. Ich werde das jetzt leider auch nicht mehr weitermachen. Ich werde das jetzt in dieser Stunde hier beenden. Was ich allerdings noch machen möchte, ich wollte euch zeigen, was es in dieser Mod noch etwas... Oder was es noch an einigen Sachen so gibt. Denn ich bin sicher, ich habe nur einen kleinen Eindruck geboten. Und das ist nicht so schön. Als erstes, ähm... Weil ich halt in der letzten Folge sogar, glaube ich, dieses Sign gefunden habe, dieses Dead Devil Sign, kann man... Wollte ich auch damit eine Pickaxe of Destruction machen. Und zwar mit einem, äh... Mit diesen hier. Unstable Ingot.